Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im November steht bei ihren allerspätestens der Tanebaum parat Meine Schwester ist eine schöne, meine Schwester weiss, wie es geht Meine Schwester ist eine schöne, meine Schwester weiss, wie es geht Der Rot wie aus Johannesburg hat sie im Oktober parat Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Vom Baffen auf den Balkon kommt der Bruder Beno zurück und hesselt dich im Grunde. Also was ist das für ein Wein auf dem Tisch? Das war aber anders abgemacht. Schliesslich habe ich im September schon den Wein für das Kästchen dargestellt. Und ein Grappa noch dazu kommt. Unseres Grossi ist modern, unseres Grossi weiss wie es geht. Unseres Grossi ist modern, unseres Grossi weiss wie es geht. Die neue elektrische Kerzenkette hat sie im August schon parat. Meine Mütter ist genau, meine Mutter weiss wie es geht. Meine Mütter ist genau, meine Mütter weiss wie es geht. Seit den Sommerferien hat sie für jeden ein Päckchen parat. Wie es geht, die neue Mütter weiss wie es geht. und waffeln in die Runde. Genau, also, was sollen jetzt da die Geschenke unter dem Baum? Das war aber anders abgemacht. Beim Grosses im 90. Juni haben wir doch gesagt, dass wir gar keine Geschenke werden machen, sondern dass wir dieser Stiftung Weihnachten ohne Weihnachten spendet. Sind ihr denn alte Wartnucht? In dem Moment geht die Türen auf, es ist der Vater mit den Kindern. Sie kommen gerade vom Krippenspiel, es ist auch dieses Jahr Totenstiel. Und plötzlich geht der Tacco auf die Hauskatze los, sie kumpet auf den Baum, er hinten an. Sämtliche Nadeln von der Nordwand sind auf einen Klapp am Boden verstreut. Es gibt einen Kurzschluss im Krippli. Und der Krippli brennt, die Familie rennt. Das Krippli brennt, die Familie rennt. Ja, Sib, das wäre jetzt der Moment, wo sie mitsingen dürften. Das Krippli brennt, die Familie rennt. Und sie dürfen sich auch getrauen. Das Krippli brennt, die Familie rennt. Wir haben ja ein paar Sänger da drunter, also ich muss schon noch ein bisschen mehr hören. Das Krippli brennt, die Familie rennt. Super machen sie das. Das Krippli brennt, die Familie rennt. Das Krippli brennt, die Familie rennt. Das Krippli brennt, die Familie rennt. Das Krippli brennt, Und wir rennen jetzt nicht, aber wir machen eine kurze Pause. Und so in 10 Minuten, eine Viertelstunde sind wir bereit, zu einem zweiten Familienschluch.